Oh nice, war noch ein bisschen Damage für Seri? Komm, mach weiter fort, dann müssen wir gleich annehmen. Nice. Oh, da ist geil. Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Game. Erst haben wir da in den Sand gesetzt, aber die zweite haben wir noch einen wilderen Brav gekauft, weil wir anscheinend kein Damage haben mit Pyke. Derrick haben wir jetzt auch noch einen Top-Nichts-Moder. Okay, guys, aber ganz kurz für Video-Talk. Also wichtig ist, das hat Fisch uns richtig gecallt, ne? Ja, lass versuchen, proaktiver selber für Calls und so weiter zu... Wir haben letztes Game schon darauf gewartet, dass die usual Calls kommt, die nicht kamen, und dann sagen wir ein bisschen Lost. Also lass versuchen einfach proaktiver über das Game zu reden und... Also eher so ein bisschen Bottling, aber so generell. Die werden wählen? Schon sehr obvious, ne? Eigentlich. Oh, ist schon sehr obvious, ja. Lass nicht mal, ich bin auch zu late. Ich hab alles gelesen, Phil. Ich hab's noch nicht weitergegeben. Ich hab auch alles gelesen, aber ich konnte nicht umsetzen. Ich war zu prägt. Ich glaube hier, erstes Item Voltaic Cycle Sword, Pius. Insane gegen Sardin. Ja, ja, ja. Phil ping immer deinen Weh, ne? Das ist das einzig Wichtige, glaub ich. Okay, wir haben den Minimap. What? Stimmt. Wir chillen bisschen, ne? Ja. Übersetzt einfach mal ein bisschen, ne? Komm. Joa. Das ist jetzt schwierig, ich kann da jetzt nicht einfach reinmogen, wenn er da ist, nicht tot. Rell kein Flash? Könnte also Level 2 killbar sein. Die gehen jetzt warden, Phil. Ich kann auch in den Jungle reingehen. Ja. Das ist cooles Aufpassen. Ich hab irgendwie das Gefühl, da ist ein Sauberpuff-Trop. Alles Mitte? Also über Lane, wenn die uns contesten unter dem Turm, ist ein Freekill auf Rell. Sender skinnen, das Counter gankt. Ich kann mal lane die boarden. Die wird wieder für Dings gebacked sein. Hat sie vorhin auch gemacht, Kai. Oh, die, ja, ja. Der Xen wird kommen, denk ich. Bei 3 gegen 3 ist spielbar. Wir sind Level 3, hatten wir Advantage, können auf Rell gehen, die sich einmal zeigt. Hier war wahrscheinlich boarded, glaube ich. Okay, Xen auf Botcrab. Wir können moden, aber wir haben kein Mitteln im Prio. Ja, Mitteln kommt nicht, Mitteln kommt nicht. Leute, seid gleich in Unterzahl. Wir können schon move'n. Echo move, glaube ich. Achso, ne? Ne, 3 Sekunden. Joa, ich könnte jetzt ein bisschen hart werden. Die Wave ist terrible. Ja, alles gut. Wir spielen das gleich. Hm, der CT-Wave. Ich glaube, die wollen mich gleich nochmal ganken oder so. Ich tipp hier auch rein. Und direkt auf Rell? Weiß? Der Trunk? Ich will eigentlich eh drauf gehen, weil dann bin ich tot. Ja, ja. Der One-Shotty-Wave war mit zwei Qs. Und der hat Two-Shot, ne? Der moved runter gerade. Wir haben die Wave einigermaßen durchgekriegt. Also ich werde gegen den nichts machen, außer unter dem Tower die Wave annehmen. Ich glaube nicht, dass ich in dem Matchup irgendwas machen kann. Oh, ja. Rell? Echo moved jetzt wieder. Nimm das Kennen, nimm das Kennen. Na, cool. Echo moved. Ja, wenn da ein Fight ausbricht, Phil, bin ich... Ja, okay, ich seh das... Hast du Cancelled, Pius? Ja. Also ich hab wirklich auch keine Ahnung, wie ich das Matchup noch spielen soll. Ehrlich gesagt, der fließt mir jetzt einmal die Wave weg. Gibt's da noch direkt für? Kann ich dir vielleicht helfen? Wollt ihr das ja auch spielen da oben? Einen Void, okay. Oh nein. Ja, aber ich hab das hier gewechselt. Wir gehen für... Rell moved hoch, Rell moved hoch. Voidies. Ja, wir nehmen nur einen Void. Wollen wir bot was machen? Kommt für Soda, die Wave haben wir durchkriegen. Nee. Nee, ich muss Base. Aufpassen. Oioioioioi. Ich ruf auch hoch, mach. Ja. I'm dead. Kannst du die Wave halten mit so vielleicht? Ja, ich probier's. Ja. Elven wird hart. Ich hab gleich Six. Warte mal mit Kinn noch. Oh, scheiße. Geht nicht. Ich kenn Six. Wir müssen gucken, dass ich auf Xen engage, ey. Wir gucken für Engage hier unten. Kein Abtaschock mehr. E. Ja, kleiner Chunk. Echo hat jetzt move, guys. Echo moved jetzt. Zehn Sekunden ist er da. Ja. Echo ist hier. Kannst du ein bisschen rauskiten? Ja, ich hab nochmal E. Echo ist rechter. Echo ist rechter. Echo ist rechter. Echo ist ungefähr hier. Echo ist ungefähr hier. Echo ist gleich da. Ah, er geht wieder mit. Er geht wieder mit. Aber gesinnt. Naja. Das Echo ist weg. Die haben alles raus. Siri Flash Clans. Wir haben auch schon 106 oder smaller. Hat die geflasht die Siri? Ja, die hat die geflasht nach vorne. Das ist gut, glaub ich, ne? Aber schlecht ist es nicht. Nee. Wir werden gleich gucken, dass wir irgendwie Phil runterziehen. Aber das sehen wir halt auch immer da sein. Und wir haben halt Mitte keine Prior. Das ist auch ein Problem. Wir müssen einfach schnell spielen. Oder im Enemy Jungle. Ich kann halt auf Even Maeve Wave Move und eine droppen, wenn ihr fighten wollt. Dann müssen wir nur frühzeitig callen. Also ich hab jetzt eine Wave Prior. Ich move jetzt runter. Außer A? Ne. Echo move hinterher. Jetzt Echo move hinterher. Voll gut gespielt, Mann. Aufgrab mal Mitte. Wenn ich nochmal engage, spiel ich da. Von Box. Ja, ich glaub wir müssen irgendwie kreativ auf der Map werden. Also das Standard werden wir nicht mehr gewinnen. Aber wir gehen gleich auf die Map. Ja, wir gehen gleich auf die Map. Auf die Map gleich. Dann haben wir die Gloves cross-mappen gleich. Wollen wir die Rel? Ja. Ich glaub wir haben Miss. Oder? 3 Sekunden hier. Wir spielen Grobs hier. Ja. Ja. Und die werden auch durch. Ja. Und dann ist der Ecosport, ich werde jetzt gleich Bar Zip hin müssen. Ja. Weil er jetzt hier fighten kann? Gerell? Ja. Aber Finn ist ja echt ein Posi. Ja. Ah. Du mal rein. Ah, ich weiß es. Ah, ich glaube es hat. Echo könnte jetzt durchmoven, oder aus Base oder so. Gehen wir's bitte machen. Wir müssen aktiv werden. So, ja. Wir sind zu weit banned. Echo. Warte ich? Könnte bitte sein, maybe. Echo top. Ja, eh. Ich bin auch kein Flash. Ich bin auch. Die kommen beide von hier. Ich nehme Bota an. Ordens ist jetzt auch da. Ja, ja. Wir müssen Harrod auf jeden Fall geben. Ja, die da haben mich. Oh nein. Ich bin top 2 Team. Ich gehe für Bountyspots. Lass uns mit das. Stell das Flash ab. Können wir nicht, 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 können wir nicht Leute. Ah. Ja. Den kommen auch. Wir sind von hier, der hat keinen Flash. Vielleicht kommst du raus. Ja. Mit der Combo, könnt ihr keine Türme pushen. Mal eh, eh. Also genau so müssen wir weiterspielen, jetzt jede Mid-Welt, wir gucken, muss gleich nochmal basen. Ja, Drake wird hart, Leute, ich sag's dir. Da müssen wir vorher einen Catch kriegen. Wir können auch einen Drake noch trainieren. Wir können auch den Tyrant nehmen, Top. Ja, das für Bounty-Spieler drücken, oder? Kannst du den Wod gehen? Ja, die öffnen Bots. Die haben ein bisschen Sau auf deinen Top. Okay. Nein, das Minion. Oh, nice. Oh, noch ein bisschen damage für Seri. Komm, mach weiter Bot, dann müssen wir gleich annehmen. Nice. Oh, nice, geil. Phil, wenn du hochkommst, dann können wir den Tyrant nehmen, ne? Ja, wir kriegen ja eine Bot-Line-Position. Ey, komm, wird reinmoven, ne? Komm, ich kann den Drake spielen, okay. Ja, tp, 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 tp. Und über uns, und über uns, wir müssen links raus. Okay, dann nehm ich den Tyrant. Ja. Ja. Einfach langsam. Echo's top. Oh, Echo's top, Echo's top. Ich move jetzt hier rein, ich move jetzt hier rein. Ich hab zwei Sekunden eh. War nach vier. Gleich wieder Huck. Move rein. Ich bin dead. Ich bin dead. Shit. Was waren die alle? Push-Bot aus, ich werde zuerst sein dafür. Noch 20 Stacks. Und dann kann ich spielen. Genau so müssen wir das weiterspielen, also wir haben hier gute Catches. Okay, eine Wälder. Und dann hab ich sowohl Stacks als auch zweites Item. Kann auch Midwave tpn theoretisch, aber der ist krank stark. Okay. Gehen. Gucken wir nach unten raus. Echo ist einer B. Also ne Ult. Ja. Hat Ult raus? Heißt zu deep. Kein Follow. Ja. Die werden Nash on-Timer machen, ne? Echo hat geflasht auf Phil. Bin hier. Bin hier. Nächste Wave wär wichtig. Ich hab's. Oh mein Gott, hier ist ein Echo. Alles gut. Oh, den können wir noch. Der hat kein Ult. Oh ja. Weiß, ich hab ihn. Oh ja. Ja. Ey, das ist huge. Ja, sehr huge. Insane, insane, insane. Können wir hier noch? Ne, ne? Den muss am Arsch, ja. Trotzdem sehr gut. Ich hab noch Ulti da, für den Baron und so. Alles gut. Ich hab's wieder, wenn ich lebe. Äh, Dinge. Ja, wenig Mana. Die P hier mal hin, oder? Ey, die sollten ja nicht drauf sein. Ich glaub, die wollen wir chillen bis zum Drag. Bis dahin müssen wir auf jeden Fall noch was hinbekommen. Wann ist hier? Wann ist hier? Wann ist hier? Wann ist hier? Wann hat keine W? Ich will E-Wave spielen heute. Mit Wave, mit Wave. Ja. Wann hat sich dem Nash gemoven? Wann macht? Echo wird immer unten den Flank-Cover – äh, threaten. Naja. Die Rel? Okay, ich geh Ways über Echo. So. Jajaja. Ich hab wieder Stun. Wann hat kein Flash? Eko wird von unten flanken wollen. Eko macht durch, Eko macht durch. 2, 2. Ich geh, ich geh, ich geh. Noch mal zu zäh. War das wieder E? In 3 erst. 2, 1 und jetzt. Eko macht eng, wenn wir hier sterben. Ah, ich bin fein, ich bin fein. Na, dead. Hast du der E? Aber Eko kommt jetzt mit. Von unten. So, auf den können wir gehen. I'm dead. Oh? Ob es n Sau, ob es n Sau? Er hat keinen Ult. Er hat keinen, keinen Flash. Renow Flash, Renow Flash. Na, ich hab gleich Ulti in der Range. Nice. Eko nur Ult, Eko nur Ult. Er hat keinen Ult, Eko. Kannst du auch spielen, Karma? Hier Eko aufpassen. Eko wird gucken, Eko wird gucken. Der wird euch Wunschschotten. Ja, das kann. Es ist fein, das ist nur Cloud. War das wieder? Ich glaube ich wieder Bots. Eko Flank wieder gucken. Kannst du Bot Solar? 30 zu 4. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall mich. Wir brauchen auf jeden Fall mich. Ich hab keine Wads mehr, das wird lustig. Du musst jetzt unter Solar. Oder du musst runter, ja. Na gut. Ich bin der Spot, ne? Care, Care, Care. Ich bin der Spot. Ich werde jetzt gucken. LW raus. Ich kann das überhaupt nicht, die Wind. Doch, doch, doch. Ja, ich bin hier. Wir machen das. Mann, Gornix. Flash-Serie. Okay. Haben sie gut gespielt, ey. Holy Shit. Actually, ist es noch nicht over, glaube ich. Na, wenn Soda hier einen aufzockt. Aber ich weiß nicht, ob ich den nicht overleihen soll, Kamer. Mach mal einen geilen Zock, mach mal einen geilen Zock. Ja, ich zock mal ein bisschen. Was für den Zock soll er da rauskommen? Der Zock ist noch nicht im Rage, glaube ich. Ja, ja, ja. Der ist noch nicht im Rage. Oh nein, Scheiße. Komm hier, zock mal geil gegen die Rell erstmal auf. Warum ist das ein Supporter? Die hab ich, die hab ich. Ja, rough. Dann machen wir die Gruppe nochmal spannend, Jungs. Ist doch scheiße, ey. Der nächste Match haben wir am 17. Die besten Konditionen. Das ist ein schöner Euphemismus dafür, was hier passiert ist. Ich muss jetzt auch direkt los. Die wollen noch ein Interview mit mir machen. Wir können Glück haben, dass das Game nicht mehr wichtig war. Sonst wäre ich scheiße geworden. Ja, Phil ist legit unser wichtigster Shotcaller so. Das ist echt komplett krass. Also Leute, haut rein. Ja, das ist doch schön, dass wir auch mal sehen, was wir haben, wenn der Shotcaller nicht da ist. Das stimmt. Na gut, dann sehen wir uns am Freitag, wa? Freitag? Stimmt, Freitag, ja. Ciao, ciao, ciao. Ja, Leute, zu viert. Macht das gar nicht so viel Spaß, Kompetitiv zu zocken. Aber wie gesagt, wir sind eh erste und mehr dort nicht. Ich hätte natürlich trotzdem ja gewonnen. So ist nicht. Ich höre uns das bitte in der nächsten Frage